Moorhühner kennen die meisten nur vom Bildschirm. Im folgenden Beitrag geht es aber nicht um das gleichnamige Kultballerspiel. Es geht überhaupt nicht um Federvieh. Haben wir sie jetzt ausreichend verwirrt und neugierig gemacht? Na dann, bleiben Sie dran. 22. April gegen Mittag in Zwickau-Auerbach. Das diesjährige Bulldog- und Schleppertreffen steht unter dem Motto Die Moorhühner kommen, eine Sonderschau der Meliorationstechnik. Spätestens hier versteht der Stadtmensch nur noch Bahnhof. Also Moorhühner ist nicht das Computerspiel gemeint, sondern Traktoren, die auf leicht tragfähigen Beeten arbeiten können. Also wir haben ja Traktoren da, der unter uns ist, das ist ein Bau in Lanz, Bau 1926. Da hat ein Bodendruck von ca. 0,2. Also sprichwörtlich könnte er übers Wasser gehen. Durch die große Fläche der Räder verteilt sich die Last gleichmäßig auf dem weichen Boden. Der Flächendruck ist ganz gering. Also der Lanz ist der erste Großbulldog. Das ist eine 10-Liter-Maschine mit 22 PS. Aber genau so wie er jetzt gebaut ist, gibt es den. 1926 ist da so oft Bestellungen hergestellt worden. Also sicherlich sind die Teile über die Jahre hin geändert worden. Aber von der Funktion her ist da so vom Band gelaufen. Natürlich war der Lanzacker Großbulldog aus dem Jahr 1926 einer der Hingucker der Ausstellung. Der Lanz war ständig umlagert. Aber natürlich gab es noch viel, viel mehr zu sehen und zu erleben. Da gab es neben der Fahrzeugausstellung auch noch verschiedene Vorführungen. Besonders interessant für Kinder die Schrotmühlen. Hier konnten sie richtig zupacken und spüren, was Generationen vor ihnen in der Landwirtschaft geleistet haben. Auch die Rundfahrten mit dem Traktorzug kamen bei den Kids gut an. Das Aprilwetter machte an diesem Samstag seinem Namen alle Ehre. Mal blickte die Sonne durch die Wolken und oft genug entleerten sich diese. Das verwandelte den Boden in kurzer Zeit in eine Schlammpiste. Die Auskenner hatten Gummistiefel an den Füßen und die anderen sprangen wie die Moorhühner über die Pfützen. Das alles wurde aber gerne in Kauf genommen. So geht das schon seit 15 Jahren. Seit 80er, 70er, 80er Jahren in Leipzig immer so eine kleine Truppe, die das gemacht haben. Früher war der Kleeberg immer das, der Agrar, das Ding, wo historische Landmaschinen waren, Bulldogs waren. Und nach der Wende waren dann eigentlich die Leipzig, die Landsfreunde Sachsen sind, die das inszeniert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, Zulauf ist da und wir haben eigentlich das selbe Interesse wie die anderen auch. Und wir probieren mal ein bisschen. Und dann haben wir halt angefangen mit irgendwo 25, 30 Strukturen hier auf der Wiese in einer kleinen Ecke. Und dann ging das halt los. Und mittlerweile haben wir halt immer wieder gekämpft und die Wiese aufgezogen und ein bisschen hübsch gemacht. Und wir haben halt, sagen wir, ein bisschen Zulauf jedes Jahr und sagen wir, der Kontakt ist immer ein freundschaftlicher Kontakt. Also es ist immer eigentlich ein freundes Kreis, der da kommt. Und dann haben wir dann natürlich Gäste von Warners her, die dann kommen, wo wir auch hinfahren zum Treffen. Also wir haben Leute, die kommen von Leipzig, von Blauen, von Hof, von Schleitz aus der Ecke. Einen Kollegen haben wir da von Erfurt heraufgekommen. Und das ist eigentlich das Bezirk der Markstadt im Großraum. Das ist das Haupteinzugsgebiet. Also alles, was Zweckauer Land ist. Am Treffen ist buchstäblich das ganze Dorf beteiligt. Also es sind eigentlich alle irgendwo, die gehfähig sind unterwegs. Es geht los von den Frauen, die Kuchen backen und Helfer, die sich um den Bergplatz kümmern und einweisen und mit eigenes Anrichten. Dass die Einwohner diese Veranstaltung lieben, das war deutlich zu spüren. Auch die Siegerehrung wurde mit Stil durchgeführt. Kommen wir noch einmal zurück zur Ausstellung. Neben dem Lanzacker Groß Bulldog stand noch ein ganz besonderes Gefährt. Eine Halbkettenzugmaschine von Horsch. Und die ist nach dem Zusammenbruch in Zwickau gebaut und der Auftrag gegeben worden von zwei Landwirten aus Mülsengrund. Und die haben dann, sag ich mal, im Mai, also wo dann der Zusammenbruch war, und die hatten keine Pferde mehr, nicht mehr. Dann hatten wir noch ein paar Monate Geld. Und die haben gesagt, wir brauchen eine Zugmaschine, dass wir weiterarbeiten können. Und die bei Horsch haben gesagt, wir bauen euch schon was. Und da haben die im Zeitraum vom 8. Mai bis so kurz im Mai irgendwann die Zugmaschinen zusammengebaut. Die ist halt tatsächlich, sag ich mal, für landwirtschaftliche Zwecke gebaut. Die haben damit dann ein Feld angerichtet. Und dann kam halt irgendwann im Laufe des Sommers, dann ist der Besatzungswechsel dann stattgefunden. Und dann haben sie die in der Schöne halt eingemauert. Und dann ist dann, sag ich mal, sind einer von den Eignen immer verstorben. Und dann haben die das dann weitergegeben. Und jetzt, sag ich mal, das ist das zweite Mal in der Öffentlichkeit, dass der wieder rausgefahren ist, weil es macht Haufen Arbeit, das Ding rauszuholen. Aber das ist das erste, das technisch in zweier gebaute Zugmaschine. Das ist aus Wehrmachtsbestandteilen hergestellt. 100 PS Maybach, Benzinmotor. Die Hauptkette ist, sag ich mal, Wehrmachts-Akrigat. Aber das hat eine Zugeleistung vergleichbar mit heutiger Technik. Also beeindruckend. Ohne Zweifel. Doch ist jedes Gefährt in irgendeiner Weise besonders. Zumindest für den Besitzer bzw. Erbauer. In jedem Stück steckt da irgendein Geheimnis oder eine Arbeit oder eine Geschichte drin, wo jeder hat so seinen Fokus, wo er sagt, das Ding, das habe ich gebaut. Und da habe ich jetzt ein Jahr, das ist nicht drei Jahre dann gearbeitet oder vier Wochen dann gearbeitet oder sowas. Und ich kenne jede Schraube. Und da hat aber jeder, der sich damit beschäftigt, seinen Einzelstück. Also man kann nicht sagen, das ist besonders. Das ist besonders, also jeder Stück ist besonders für sich. Höhepunkt der Veranstaltung ist der circa vier Kilometer lange Rundkurs der Traktoren. Dieser begann gegen 14 Uhr. Hunderte Schaulustige säumten die Strecke. Die Fotoapparate klickten im Dorf und in der Stadt. Besonders dieser Standort war begehrt. Wird es doch dieses Motiv beim nächsten Treffen nicht mehr geben. Stichwort nächstes Treffen. Wie ist es denn mit der Zukunft bestellt? Die Altersgrenze ist gerade so, dass man die Generation, die abgibt und wir versuchen ja, die jungen Generationen nachzuziehen, die sich damit beschäftigt. Also es ist kein Loch da. Momentan ist es eher, sagen wir mal, ein Aufwärtstrend da. Also es wird mehr. Erfreulich zu hören, dass es mal keinen Nachwuchsmangel gibt. Und so ist nach dem Bulldog-und-Schleppertreffen vor dem Bulldog-und-Schleppertreffen. Das nächste wird schon bald vorbereitet und es gibt auch schon ein Motto. Und wir sagen dann, Pioniergeburtstag haben wir 2018. Einfach so. Und dann werden wir sehen, dass da wie viele Pioniere dann kommen. Mensch, das waren doch ein paar Maschinchen. Keine Bange. Wer jetzt noch immer nicht genug hat von diesen tollen Maschinen und vom Corso, der hat demnächst die Chance hier bei TV Westsachsen noch viel mehr Bilder und Impressionen zu sehen. Achten Sie immer mal auf unser laufendes Programm. Ja.